Hallo ihr, ich stelle euch heute die App LINE vor, mit welcher ihr mit euren Freunden kostenlos chatten oder telefonieren könnt. Nachdem ihr LINE geöffnet habt, kommt ihr zum Startbildschirm der App. Hier werden automatisch alle Kontakte aufgelistet, von denen ihr die Handynummer habt und die auch LINE auf ihrem Gerät installiert haben. Die App bietet euch die Möglichkeit, Gruppenchats zu erstellen und mit mehreren Freunden gleichzeitig zu kommunizieren. Wenn ihr mit einem Freund telefonieren oder Videotelefonieren wollt, wählt ihr den entsprechenden Kontakt und drückt das Hörersymbol. Unter Chats seht ihr eure bisher geführten Chatverläufe oder könnt neue Nachrichten an eure Freunde schicken. Hier könnt ihr auch direkt jemanden blockieren, falls ihr euch gestört oder belästigt fühlen solltet. LINE bietet ebenfalls die Zusatzfunktion eines privaten Chats, in dem sich Nachrichten nach einer gewissen Zeit von selbst löschen und wobei man die Zeitspanne beliebig einstellen kann. Ganz links findet ihr die Einstellungen. Zusätzlich könnt ihr hier euer eigenes Profil mit einem Bild oder einer Statusmeldung ergänzen. In eure eigene Timeline könnt ihr Bilder hochladen oder Sticker posten. Und um Freunde hinzuzufügen, klickt ihr hier drauf. Achtet bei euren Aktivitäten in LINE auch immer auf den Datenschutz. Mehr Infos zur App LINE und Näheres zum Datenschutz findet ihr auch im Apps und Ups Bereich auf www.handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald.